was machen wir denn? Ich bin nur in Linie Ey ich weiß gar nicht ob du das auch mal so hinbekommst Hä was machen wir denn? Hä wo müssen wir denn jumpen? Du weißt doch da wo die Schikane ist ne? Da musst du mich vollständig reißen Oha episch Der Sprung war episch Ihr seid bei mir einfach alle raus Du bist raus Ja bei mir seid ihr aber alle raus Oh mein Gott ich hab's verstanden Ich bin ja juhu NFC Lass mal Lass mal Nebeneinander in die Dings rein Äh nebeneinander auf die Rande Juhu Juhu Fuck Hallo Kirelli schön Frontflügel Wahrscheinlich wird die Performance leiden Und unkontrolliert mal wieder wegfliegen Gegen die Red Devils Mit einer brasilianischen Mannschaft Mit einer brasilianischen Mannschaft Einziger Mannschaft Kann vorbei Bist du auf das gekommen? So jetzt Testieren so Ähm Ach gerne Du hast ja AMD Prozessor ne? Ja Ich hab jetzt vergessen Du den Ja ne? So Ich hab irgendwie nur einen Einen vergessen Ich bin da Einen da Einen da Ich guck alle 10 Minuten guck ich nachher zu der Zahnleimagen Kann mal einer von euch hinfallen? Kann mal einer von euch hinfallen? Ja Ja das erklärt auch mein Platz auch falsch ist Ja das erklärt auch mein Platz auch falsch ist Ich glaube das nicht Ey Erik Ja Bist du gay? Nö Bist du denn jetzt Liegen hier aber ich will keine Update machen Kann es allein Bist du mal Bist immer? Ja ja der ist immer Gib mal eine Box Nein Nein Ich schreibe immer ein Fragezeichen in mein Teil Ja Oh Wir machen gerade Stunts hier MSC du musst Alter wie geil Willst du noch mal mitmachen hier? Erzähl oder die Leiste Ne die andere Wo dann die Schikane kommt intense Weil jetzt habe ich mir auch den Lüfter geholt Und jetzt bin ich bei maximal wenn ich F1 zock 20 Grad also geht nichts mehr runter? Ne, nicht mehr Weisst was sie bei dir gemacht haben bei dir BVB? wie denn? beim Lüfter oder was? ne was die bei dir gemacht haben, du hast auch den PC hin gebracht oder? nein, ich habe ihn selber zusammengebaut du hast nur den Lüfter rausgenommen und wieder reingemacht ja, ich habe den Lüfter neu bestellt und habe es mir eingebaut eine oder mehrere? ich habe einen 91 nur Lüfter eingebaut und dann halt noch einen weiteren Gehäuse Lüfter jetzt habe ich zwei hier war kein Gehäuse Lüfter nicht nachher, Mensch wenn das dann wirklich funktioniert dann hast du doch wirklich mehr Spaß beim Spielen ja, ist so mich hat es genervt einfach bei mir hat es dann runter getaktet wenn sie 6 Grad warm war jeder Kern aber ich habe hier nur vier Kerne wahrscheinlich takte der bei dir dann schon früher runter 4,6 Grad also hier bei 1,5 0,9 wird immer weniger jetzt sind wir schon bei 3 wenn du beim Ressourcenmonitor unter CPU bist dann schaust du bei maximaler Frequenz genauso und wenn die nicht bei 100% ist dann weißt du die CPU hat sich wegen der Temperatur runter getaktet wo ist die maximale Frequenz ja das ist so eine ähm bist du beim Ressourcenmonitor ja jetzt gehe ich unter übersicht bei mir ist gerade die maximale Frequenz ist gerade 48-45% ok 68 101 ja und jetzt starte mal auf F1 und drehe ein paar Runden und schaue auf die Temperatur du kannst dir dein F1 ja ich ändere aber nebenbei ist egal jetzt ist er gerade bei 100% und jetzt ist das CPU bei 74 pass auf ich hab meine und jetzt gehe ich gleich wieder runter pass auf also ich hab ja 8 Finger halt eines dämmscher Reservier wieso F1 ich renne da gerade ja starte mal F1 oder CPU warum soll ich F1 starten zusammenhängt und wenn normalerweise wenn 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 F1 anfängt zu lenken dann schaust du ganz schnell auf ja ja hab ja gegen Salantonio gestern verloren ja zwischen Warriors Hans und Magic sind gleich auf ja nicht so schwer es ist alles du hast fast gemacht den Lüfter gerollt den Wend alter Overdive hier gibt es einen Overdrive hier gibt es einen Overdrive ja dann nimm das und installier es einfach mal scheiße ja mit dir rede ich auch zum Teil komm komm Kim schnell 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 lauf jubelne 25 Minuten Zeit auf dem Nürburgring hä? ja oh Kim dräng mich nicht ab dräng mich nicht Kim dräng sie ab ich sie ab weißt du wir haben so irgendwie ein Meter Platz oder so du brauchst nicht 1,50 ne? ja geh rüber rüber ich wollte gerade noch ich wollte gerade ein Video gucken aber das ist irgendwie unterhaltsamer von mir gerade mal gucken ob der das gefällt weil die Unterhaltung würde gesteigert werden wenn jetzt jemand hinfallen würde ist dann gemein aber ja ey gerade beim Fernsehen irgendeine Werbung für irgendeinem ach ja auch im Himmels Willen auf den ersten volltagesschauern Werbung da hat so eine weiße und schwarze ich krieg man weiß was mir eingefallen ist von ja genau von ja genau Mama sagt ist schuld Mama sagt schuld ist meine Suchner Kakao ja genau da gibt's ja auch ne Weihnachtsversion da gibt's ja auch ne wo ja warte langsam fahren ist für mich warte so das ist für mich das ist für mich das ist genetisch fahren Fußgänger weißt du Fußgänger Tempo ich fahr' noch schneller ich fahr' noch schneller ich fahr' noch schneller Kimi ich hab' einfach so schnell zu fahren ich hab' das nur geguckt als es auch mit dem goldenen uberto Ja, ja.